Was für ein historischer Tag. Es wird ernst. Die EU ruft den Klimanotstand aus. Führende Klimaforschende warnen vor einer dramatischen Situation, dem planetaren Notfallzustand. Und auch die UNEP, das Umweltprogramm der UNO, hat jetzt die Alarmglocken schrillen lassen. Wenn die Nationen wie die Bundesrepublik so weitermachen und zu wenig gegen den Klimawandel unternehmen, wird die Katastrophe Ende des Jahrhunderts mit einer Temperatursteigerung von, Achtung, 3,9 Grad Realität. Laut den Klimaforschenden erreichen wir oder haben schon entscheidende Kipppunkte erreicht, die den Klimawandel dramatisch beschleunigen. Was passiert da um uns herum und was können wir jetzt tun? Clixoom Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Themenbereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Das EU-Parlament hat heute den Klimanotstand ausgerufen. Eigentlich sind solche Entscheidungen mit Konsequenzen verbunden. Zum Beispiel Fahrverbote für Pkw mit Verbrennungsmotor, Abschaltung aller Kohlekraftwerke zum Beispiel, Heizungen müssen gedrosselt werden und so weiter und so fort. Doch all das ist heute nicht passiert. Es war lediglich ein symbolischer Akt. Aber einer, der vielleicht auf den richtigen Weg führt. Für uns ist es wichtig, dass wir die Klimakrise als das anerkennen, was sie ist. So Michael Bloß, Sprecher für Klimapolitik der Fraktion der Grünen. Ein Trost! Auch tausende Städte haben inzwischen den Klimanotstand ausgerufen und zumindest die haben zwar zaghaft, aber diesen zum Anlass genommen, zum Beispiel mehr Radwege zu bauen oder Parkgebühren für Pkw anzuheben. Nicht viel, aber immerhin etwas. Alles in allem ist es wie ein Unfall in Zeitlupe und wir schauen zu. Da wird in Deutschland ein vollkommen unzureichendes Klimapaket verabschiedet und wir stehen damit nicht allein. Laut UNEP sind die nationalen Klimaziele weltweit nicht ausreichend. Laut UNEP werden so weltweit 2030 32 Gigatonnen zu viel CO2 ausgestoßen und das bei einem Restbudget von 500 Gigatonnen. Und laut der aktuellen Veröffentlichung von sieben Klimaforschern taucht bereits jetzt viel früher als vermutet eine weitere Komplikation auf Kipppunkte. Wir haben es diesen Sommer in der Arktis erlebt, die Permafrostböden tauen, die Arktis gerät sogar in Brand. Dadurch und durch das im Boden gebundene CO2, das jetzt frei wird, wird der Klimawandel deutlich beschleunigt. Durch die Wärme taut jetzt der Permafrostboden viel schneller auf als bisher vermutet. Es gerät mehr CO2 in die Atmosphäre, dadurch wird es wärmer, die Permafrostböden tauen noch schneller und so weiter. Die Forschenden gehen davon aus, dass alleine dadurch 100 Gigatonnen CO2-Budget aufgebraucht werden. Bleiben noch 400 Gigatonnen. Im Moment produzieren wir weltweit 40 Gigatonnen pro Jahr. Bleiben also noch 10 Jahre CO2-Emissionen, wenn der Stand so bleibt. Doch es gibt einen weiteren Kipppunkt, von dem die Forschenden annehmen, dass er bereits erreicht worden ist. In der Arktis schmilzt das Eis immer schneller. Im Sommer ist das Meer dort fast komplett eisfrei. Das führt nicht nur zu immer heftigeren Unwettern in Europa, sondern durch das riesige Gebiet, das jetzt dunkel statt weiß ist, dass es sich stärker aufwärmt. Ein Prozess, der sich ebenso selbst beschleunigt. Und die Forschenden sehen noch einen weiteren Punkt der Reduzierung des CO2-Budgets. Das Sterben des Amazonas, Regenwaldes und der Nadelwälder im Norden verursacht. Und noch einmal 200 Gigatonnen zusätzlich, also bleiben für uns Menschen noch 200 Gigatonnen, die wir zusätzlich produzieren dürfen. Bei 40 Gigatonnen pro Jahr bleiben dann gerade noch einmal 5 Jahre. Wie bitte? Die Klimaforschenden erklären jetzt den planetaren Notfallzustand und sie räumen ein, dass hier im Moment bei den Kipppunkten, dass sie auf Spekulationen angewiesen sind. Doch, wenn wir den Klimawandel wirklich stoppen wollen, sind wir jetzt eben auf Spekulationen angewiesen und müssen diese als Grundlage für Entscheidungen nehmen. Es ist einfach zu spät und es muss jetzt dringend gehandelt werden. Und Fahrverbote für Pkw mit Verbrennungsmotoren sind da ein erster wichtiger Schritt, die Abschaltung der Kohlekraftwerke. Und das werden auch nur die ersten zaghaften Schritte sein. Und auch wir können und müssen jetzt handeln, auch wir können einfach mal das Auto stehen lassen. Das müssen wir wirklich ab sofort. Kein Fliegen mehr. Weniger oder gar kein Fleisch. Wir müssen handeln. Sofort. Keine Ausreden mehr. Und es gibt auch für das Abo hier keine mehr. Wer informiert sein will zu dem Thema und mitreden will, der sollte jetzt klickstumnature abonnieren. Es ist kostenlos und am besten auch die Glocke aktivieren. Und hier, der YouTube Algorithmus hat hier noch ein Video persönlich für jede und jeden ausgesucht. Also draufklicken und ansonsten bis dann, bleibt dran!